Hi ihr Lieben, mein Name ist Natalia Avalon. Ich bin Schauspielerin und Sängerin. Wir sind hier auf Ibiza und shooten die Oktoberausgabe von Playboy. Ich bin eine gebürtige Polin. Ich bin sehr christlich, religiös erzogen worden und aufgewachsen und war immer rebellisch. Ich war wirklich immer ein kleiner Rebell und habe nie die Diskussion verstanden um Sexualität. Für mich ist Nacktheit die pureste Form von Ehrlichkeit oder die pureste Form von Mensch-Dasein. Ich finde Hass, Aggression, Rassismus viel, viel perverser, wenn ich das so sage, als nackt zu sein.